Ich will nicht warten. Nee, da probiert man lieber was anderes. Ich probiere mal nicht mehr. Nee, das steht euch auch noch nicht so knackig. Ist das gut? Ach, das ist glaube ich. Und dann wissen wir doch auch schon ein paar mal, Ich wusste, wo ich eine Crafting kenne. Hinter diesen zwei Loops. Pass auf, ich komme hinter dir. Okay, ich danke dir. Du kommst hinter mir. Ach ja. Bleib einfach stehen, bleib stehen. Ich bin hinter dir. Du Arf, ich bin schlecht verfreundet. Komm her. Rennen oder rennen. Rennen um dein verdammtes hässliches Leben, du Gollum. Okay, hast du auch was für mich? Übrigens, Ering ist halt dabei. Ja, ne Feder. War gerade ein Explosiv. Wir müssen ihn töten, der da in diesen Hoops ist. Wir müssen ihn töten. Jetzt hat er so... Hallo. Ist da noch jemand drin? Ja, da sind wir hier drin. Pass auf, du hast gar nichts. Ist gefährdet, meine kleine... Ah. Du Opfer. Yay. Ich liebe es. Ich liebe es, Menschen zu töten, die sich nicht wehren können. Ach ja, wie in der Schule, wa? Ja. Da oben ist bestimmt eine Kiste gewesen. Oder ist da oben eine Kiste? Nee. Aber ein Rätsel. Hallo, du Creeper, man. Bleib stehen. Aua. Da ist eine Redstone-Fackel. Die muss doch was bedeuten. Äh, mach mal nochmal. Oh, ich muss schlau. Wenn du das drückst... Ich hab gerade nichts gedrückt. Oh, okay. Das tut's mir leid. Jetzt komm hier raus. Schnell. Warte, da drüben ist auch nochmal eine Redstone-Fackel. Die bedeuten... Ah, die sind überall Druckplatter. Nein, scheiße. Ich bin jetzt auch im Spinnnetz. Ich laufe ohne dich weiter. Scheiße, nochmal im Spinnnetz. Äh. Auf jeden Fall. Okay, ich leb schon mal länger als in der ersten Folge. Da hab ich drei Minuten überlebt. Wo bist du jetzt? Wir sollen uns eigentlich nicht trennen, weil ich nichts hab. Am Start. Dann einfach zum Start. Wo ist der? Nein, ich bin nicht drauf. Du bist tot? Nein. Als ob ich sterbe. Ich bin einer der, wo zur Zeit kommen die vom besten Auskursche. Der Schiff ist beáillig. Ja, ich bin am Start. Wo bist du? Hallo. Hallo. Ich bin nicht wahr. Wir rennen zu den Bergen. Aber geben willst du mir immer noch nichts, ne? Ohne Pfeile. Ich hab einen Pfeil. Nice. Und ne Feder. Und nichts. Wir müssen auf den Baum. Das sieht ziemlich würfigsprechend aus. Auf den Baum. Auf, 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 auf. Auf den Baum. 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 Ich zoome hin und ich sehe im Moment noch keinen. Ganz sicher, mein Freund. Ich zoome gerade an. Ich zoome hin und sehe auch nichts. Er guckt zurück und sieht mich. komm ich schieße jetzt auf dich guck mal mein freund jetzt gehen wir da rein und da ist schon hier drin hallo ich gebe euch jetzt alle diamantenrüstungen ich habe ja ich habe ja übrigens in meinem alpene eisenrüstung entscheidet ne auf ein bisschen feuerschutz und auf ein bisschen normalen schutz und so um in der höhle nicht gleich zu sterben natürlich so ich muss einfach hier ich bin gerade auch roto gefallen ich stehe ja einer blieb der mir vorbeigeben da geht so ich bin jetzt die aufnahme für samstag und die aufnahme für mittwoch habe ich schon ist ja logisch und ist ja mittwoch die aufnahme für dienstag halt man muss dann raus am freitag und ich weiß gerade gar nicht wann die folge kommt lalala wo muss ich jetzt dahin schon da ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht ja so oder ganz so und jetzt jetzt bin ich darunter oder ich habe keine Ahnung also ich glaube ich bin ja gar nicht mal so falsch jetzt bin ich jetzt jetzt bin jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter sollen wir einfach weg gehen der baume spöse zu uns ja gehen wir auf den großen dicken felsen ach ja aber hier ist sieht guck mal was hier ist hier ist ein wasserdingsbums ein was? ein wasserdingsbums ein wasser was? ein wasserdingsbums ah ja ok wasseraufzug nein nicht irgendwas mit java updaten und nicht untergehen wo bist du? und nicht eric? ich gehe hier Richtung großer dicker fels also ich... oh deponia muss ich und ich kletter gerade habe ich... nee zu was wegen aber habe ich einfach... die einen brunnen ich kletter gerade den wasserfall hoch die einen brunnen oh cool das sieht ja... kann man da rein? ich... ich werde von hier kann man... eric finden eric hat zugefunden eric muss töten ja doch blätter konnte man kaputt machen ne? ja tiere konnte man auch töten und ich habe gerade ähm oh ja rindfleisch ne wird nicht reichen rindfleisch ich habe was probiert wo bist du jetzt? ja beim großen dicken... ah ich habe mich einfach reingefunden beim großen dicken... ah ich der fels aus... ich höre gerade nicht ich der fels aus schnee und sand uuuuuhh ich der fels aus schnee und sand oder? indirekte gut dann... dann steu ich hoffentlich auf den richtigen zu ich habe zwei beuten äpfel und einen goldbarn ich habe einen eisenbarn und einen diamanten und einen äh... der läuft so auf mich zu ohne waffe der denkt mir schon so greif mich nicht an ist der kalt haha ach ja mein kleiner ähm... dingssicker oh da ist jemand hilf mir wo 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 hinter mir ja wo bist du? ja in Richtung großer tempel wo ist der? auf dem großen felsen wo ist der? ist das der aus sand und schnee? nein wo bist du gerade? ähm ich bin grad bei dem in der nähe von dem komischen drachengebilde und werd grad schon geschlagen komisches drachengebilde? ja das ist aus redstone äh... aus roter wolle und stein und so äh wo bist du denn hin? wieso bist du nicht dahin wo ich gesagt hab? weil ich hab gedacht das wär da wo du gesagt hast du bist tot oder? nein ich leb noch wo bist du? wie gesagt wo wir bei den bomben waren war doch auch so ein gebilde aus ich seh' dich ich seh' dich hilf mir ich seh' dich nicht ich seh' dich nicht hier rechts von dir durchs wasser durchs wasser oh guck mal hier wegrennt oh ich danke dir mein Held ich muss ihn töten mein Held mein Held wo ist der? ich hab einen bogen den würde ich jetzt auch benutzen der klettert den Baum hoch diesen runter mit dem Affenkopf ey komm runter du eierloses Kind Verstroffer? ich glaub schon nein hast du nicht und schätze ich endlich ein Kind nein aber nicht da hochgehen also bist du dumm ja warte mal zieh mal das hier an Patrick den der hält schon ein bisschen mehr aus und die hier pass auf die hier oh der da ui angel was? der angel uns ja angel uns angel mit uns ich hab weiter unten ich hau ihn einfach ok ja nice wer ist der pro? du bist der pro und ich Diamant Diamant wir haben zwei Diamanten ok wenn wir jetzt noch einen Stock haben Patrick hier einen Leder haben wir ich hab einen Stock ok dann sollen wir zum Spongeln und dir ein Diamantenschwert machen bitte ich hab aber kaum noch Leben warte mal ich mag ich essen einen goldenen Apfel ja ich bräuchte auch noch Essen ist einfach und einen Apfel einen ja gut ähm ich kann dann ein Blätter abbauen dann fände ich runter lauf ich überhaupt richtig du kannst keine Blätter abbauen doch kann ich ok warte warte hier ist ein Holzschwert Patrick hier ist ein Holzschwert hier ist ein Holzschwert lol in meinem Textschweck ist das eine Keule komm jetzt ich bin nur dank dir so gut sonst war ich schon lange tot gut hier Kuchen und ein bisschen verrottert das Fleisch wenn ich dich so mag den Kuchen esse ich aber jetzt noch nicht ne den muss ich ja dann intelligent platzieren intelligent ja ja klar ob du auf die Mittel ich würd sagen ich hab zwei Leute zwei Leute getötet und bin OP und wir haben gleich ein Diamantenschwert das ist noch das Gehalte eigentlich ist es dumm dir die Diamanten zu geben relativ schnell sterben äh du kriegst ja das Diamantenschwert nicht ich ja ich weiß aber du hast die Diamanten soll ich dir kurz geben nein 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 du doch gib jetzt schnell und ab jetzt läuft geduckt geduckt laufen du läufst aber nicht geduckt ja ja ich kann es ja ich kann ganz schnell zum Spar ich komme von hinten gleich erinnern und bringt mich um Herr muss wo ich hier in einem Schilder-Bocken-Band sollte ich weiß nicht eigentlich sind doch beim Sparen welche oder ja eigentlich schon hier schon keine sicher ja in den Türmen vielleicht hallo mal die übernacht die Kirche auch für was 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 ich steinschwert steinschwert ich bei mir da kommt einer wo da du heide ich sollte nicht vor das Schwert rennen nicht ja bringe einfach sie sie noch eins der hat sich geschafft mit dem Diamantschwert umzubringen ja hatte ich habe noch ein Stück Kuchen Erik hier ähm hier ist es egal ich habe die Frau kein Essen hier ist ein im Haus jetzt sind wir uns die Schichterstattung aus dem Ausstattung der Hose brauchen die Städte und Hosen rum wie viel Leben eigentlich noch vier Prozent mit uns also drei Leben noch abgesehen von uns was das ist es wird am Ende bisher mit zwei Gämmenke für mich jetzt schon weitergegeben ich bin ich habe dachte ich bin warum die karte stunden nicht nur ich dachte so ich muss hier umdrehen warum du stehst was ein triftiger grund ich stehe ich da oben stirbt zum beispiel wieder raus gehörst du mich am spawn bleiben und bleiben hier und ich glaube die kisten dann nicht aufzunehmen das sieht aber auch geil aus ich will da hinlaufen was da zu dem ok dann gehen wir mal dahin komm ich komm mit dass man kürzlich er war immer hinter mir bleibt hinter mir und halt auch schlaucheln wer hat er bei den Diaschwerden bei der Trotzinzigen aber du musst was anderes in Hand nehmen die Nachmittag und nicht mehr anscheinend wird es ein bisschen glaubwürdiger Adel die Kampel aus mit dem zu den Körner Palasch des Diamantlöckens genau da wo ich hin was das so schön aussieht da wohnt bestimmt gott wirklich oder Michael Jackson vor allem da kommt einer wo ist der der schlägt mich das ist doch ohne Leute von mir im Boden drin gut jetzt gehen wir wieder zum spawn was war da nix oh je schnell 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 ich komme jetzt eh alle hin ja aber wir sind schon ganz gut equipt ziemlich gut ja nicht unbedingt op aber ziemlich gut wenn wir sterben haben wir wenigstens ähm behalt du mal bitte nix eisenhelmen ähm in Kettenhemddinger hier ich würd sagen wir nehmen alles raus nur dass die nichts kriegen in Diamanten hab ich auch grad einen gefunden aber wir nehmen alles raus wir nehmen alles raus dass die nichts kriegen ist schon ganz klar Goldene Apfel ist eigentlich goldene Stiefel besser als äh Kettenstiefel ja klar die halten mehr die halten mehr aus Kettenstiefel sind viel besser ok ich hab nen Diamant zwei Eisen ich hab drei Gold ich hab auch zwei Eisen ein Gold warte mal komm mal meine Rüstung jetzt an voll Eisen cool ich hab nur zwei Eisen jetzt auf mein Brustisch oh ich hab drei Eisen hast du hast du ein Eisen Brustarmisch nein aber zwei Eisen aber ich denke das reicht nicht ich hab zwei Eisen ich hab auch zwei Eisen das reicht nicht gut jetzt komm jetzt gehen wir mal weg hier äh hast du äh ich sollte was essen oder ich warte noch kurz zuvor ist der Partys steil ich hab vier Gold wie viel Gold hast du? einen behalte ich behalte immer alles im Auge ne? ja ich mach grad was 15 Minuten bis zum Deathmatch ist ziemlich lange eigentlich sollte man schon was machen was soll man machen? wir springen rum hui ich hab keinen Bogen und du? doch ich hab einen Bogen ich hab auch einen Bogen aber letztens ich hab zwei Bogen wie viele wie viele Pfeile? keinen aber ne Feder hast du ne Feder? gib mal her hast du Flint? nein ok dann lass uns meine Feder meine Feder ich kitzel dich jetzt ich hab dich grad gekitzelt kitzel dich auch gleich was aber auch ne die dürfen uns ja die Arschwerte nicht sehen ich laufe mit der Feder rum wir hatten aber ziemlich lack dass ich am Anfang so viel Glück hatte Patrik was machst du? ne zu beitrauensbleiben ist das einer? nein wo? ne also ich würde ja gerne mal zu dem Drachen da gehen oder oh ne doch kein Name hm da zieh mal den Kuchen ah den hab ich schon gegessen ich wollte doch was geben und du ess 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 der Tipper hier was heißt ähm Huber ähm Level Team ja aber ich glaub die zwei müssten auch im Team sein achso du weißt dass es dann aber nachher 3 gegen 2 ist ne weil ich geh mal davon aus dass die drei auch im Team sind nö denk ich schon wenn sie zu tut kommen wir den mit der geringsten Rüstung als erstes auseinander nehmen ok und nicht vergessen auch sehr schwer zu wechseln auf keinen Fall jetzt hab ich sehr schwer genau eins daneben geguckt da 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 Ich glaub noch wie cooler warte Holzpferd. Warte mal, warte. Ich kann es... Okay, warte mal. Hast du einen Stock? Ehre. Ja, den habe ich. Dann gib mir einen Stock. Stock, warte. Sorry, dass wir hier gerade ein bisschen langweißen. Die Zeit ja irgendwie überbrücken. Okay, jetzt. Stock, Stock, digitiert zu. Rate mal. Du, 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 Holzpferd. Schere. Schere, digitiert zu. Ich beweist dir jetzt, dass man keine Bäume abbauen kann, beziehungsweise keine Blätter. Angel. Bleib hier. Hey, man kann ja doch Blätter abbauen. Stock. Nein. Ich angel mal, ne? Ich baue hier ein paar Bäume ab, ne, ein bisschen. Ich angel ein bisschen. Bestimmt eigentlich, könnte ich echt machen. Ja, hier, weißt du, guck da, wo so viel drin ist. Guck, wo ich angel. Erik. Ich habe bald keine Schere mehr. Du musst die weiteren, ich, ich habe noch zwei. Du musst die weiteren Vegetationsstufe von Angel sehen. Ne, ich habe keine Lust. Warum nicht? Meine Schere ist weg. Ich habe keine Schmerz mehr in meinem Leben. Ohne Spaß. Wir sind so gut equipt und eigentlich kann uns niemand mehr Schlag außerdem voll die, volle Eisenrüstung und voll das, äh, und die Erschwörter. Ich habe erzeugt sehen, volle, volle Rüstung. Ich fülle dir noch irgendwas. Was? Ja, äh, Eisenhamisch. Hamisch? Ja. Okay, ich habe Goldhamisch. Ja, habe ich auch noch. Gut, was heißt nur? Aber bei dir... Der hat einen, der hat einen, der hat einen, der hat einen, der hat einen. Töte ihn. Ah, wird nicht reichen. Der lockt uns. Erich, der lockt uns, glaube ich. Stimmt, ja. Zurück, zurück. Der lockt uns. Du Heide. Sie denkt sich schön? Ja. Der hat mit Eier auf mich geworfen. Leike Debitor. Der nur hat es gemacht. Zuck, zuck. Dann der war es leer und es schon wegkriegt. Ach nett. Weil sie beispielsweise Schade misst gemacht hat. F-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f. Wie viel? Der hat ja keinen Schwerpunkt, ne? Der hat nur eine Rüstung. Ja. Und der war ziemlich gut, die Rüstung. Erik, jetzt guck, Erik. Rüstung. Ne, Angel. Angel digitiert zu... Bogen. Bogen. Pass auf, ne, warte mal. Ich habe gerade echt ein bisschen Schiss, dass der zurückkommt. an ihren geld läuft ich gehe mal in die mitte so dass wir sicher sind jetzt noch feile hätten haben wir leider nicht ich habe nur ein ich habe aber geschossen mit umbracht hat und ich schieße mit der fausen und die bräuchte nicht umbringt soll es einfach bis zum das mit schmacken oder ja ich auch so ein bisschen langweilig glaubst du wir haben das mensch eine gute realistische epische kekschance ja ja ich denke auch nur hatte weit wie viel wie lange dauert es noch bis zum ich muss um halb vier beim zahnarzt sein und muss noch zähne putzen also jetzt gehen wir raus anders geht es nicht wegen der zeit her jetzt ernst ja ernsthaft dann gib mir deine sachen ich noch weiter nein wir gehen jetzt raus zu zweit doch also du bringst mich nicht um eric meine kärnste stück das sind mehr absicht m m dritt und zurück jetzt nein 100 müssen wir sie sofort beenden jetzt sofort ja okay jetzt schilder bitte müssen alle töten wir müssen zwei töten Okay, dann wissen wir, dass die zwei im Team sind. Oder keiner, das wäre natürlich am besten. Erik, lass es! Alter, Erik. Du musst doch eh gehen! Du lässt, du... Nein, du bringst mich nicht um. Ganz ehrlich, das trau ich dir nicht zu. Du machst eh einen Rage-Cooker dann. Jetzt komm, du musst mich jetzt nicht umbringen. Daschkeit, seid mehr. Lass es, Erik, okay, ich bleib da. Aber wenn mich umbringt. Mit deinem Herzen? Vier. Wie viel zieht mein Schlag ab? Genügend. Sag jetzt mal. Jetzt mal dir nichts mehr, wenn du gesagt hast, du bleibst da jetzt ohne Spaß noch. Aber... Wie viel zieht's ab? Sag mal. Zweieinhalb, glaube ich, wenn ich richtig geguckt hab. Die hat Schmerd. Die hat Schmerd. Die hat Schmerd angemacht. Ich hab grad hier mit. Wo? Er hat mir das Elke nicht. Alter, hier legt mein Schmerd auf ein. Könnt ich euch nicht auch einfach cheaten? Und hier? Slash win. Nein! Oh, das geht nicht. Warte mal! Don't show your... ... ... ... ... ... ... Ich wollte gerade im Dingsbums... Dingsbums... Ich wollte gerade auf dem Map... ... ähm also auf dem Raisminimap, die ist ja da oben... ... da wollte ich gerade anmachen, dass man die Mitspiele sieht. Aber? Das geht nicht. Ich tue das. Ja. Alter, komm jetzt zurück, ey. Wenn ich jetzt angriffe, brauche ich dir niemals. Komm jetzt zurück. Dann störe ich dich. Okay, ich komm, aber ich komm langsam. Ich bin ein alter Mann. Okay, ich lauf schon. Lauf! Lauf! Oh! Warte mal, wie lange darfst du noch bis zum Deathmatch? 10 Minuten, weil... ... dann gehe ich jetzt nämlich, obwohl, wenn ich jetzt Zähneputzen gehe, schlecht, dann können sie mich holen, ne? Ja. Dann hab ich gesagt, mach du so lange alleine weiter. Ne. Ich bin mit dem Fahrrad schnell drüben. Okay, 5 Minuten reichen da echt nicht. Wie meinst du? Ja, ich könnte in 5 Minuten schon Zähneputzen, nur dann wärst du halt alleine. Ja, dann mach kurz, komm. Okay, also, Erik wird kurz alleine kommen mit hin und wenn ich sterbe, dann bin ich tot. Dann gucken wir uns hier mal um. ... ... ich kann hier dankgreifen. Stimmt, ja. Das ist ein großes Bad. Wenn jetzt zwei kommen, bin ich tot. Sieh, muss klug und klug. Alter, ich hab mich schon verarschen. Ich hab jetzt zurück. Patrick? Ich hab drei Dias. Hast du noch ein Dias? Hast du noch ein Dias? Das ist doch nett. Hast du noch ein Dias? Hast du noch ein Dias? Hast du noch ein Dias? Ich hab's noch ein Dias. 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 Ich hab's noch ein Dias Ele name. Das ist doch interessant. Ich hab's also cały Dias, Dias. Ich hab's dir schonios ingredients, die ich jetzt noch ein Dias gelernt habe, mit deinem Dias alg разезде gibt. Ich weiß nicht, dass eine Mühle ist, aber ich weiß nicht, dass eine Mühle ist. Obwohl er ein Gamer ist und trotzdem ein Zähnchen hat. Erik? Ja. Das mit Noob hab ich noch gehört. Wie viel Zeit haben wir noch? Das ist nicht was. Irgendwas mit drei Minuten. Immer noch. Ich glaub die kommen so. Hast du echt nichts gefunden? Nein, ich hab dir alles zugeschmissen, was ich an Rüstungsteilen gefunden hab. Ich hab sieben verdammt Ding. Machst du echt der Unterschied zwischen Ketten und Eisen? Ketten ist selten, aber ist nicht so stark wie Eisen. Also was ist besser Eisen oder Ketten? Eisen. Hast du keine Eisenschuhe? Nö, nur ein Eisenhelm. 60 Sekunden. Gib mir Eisen. Bereit dir alles vor. Hast du ein Feuerzeug? Nein. Hast du ein Kettenhemd gehabt? Ja, ich hab ein Kettenhemd. Aber ich hab eins. Ketten, Helm. Ich hab's an. Helm? Nee, nee, ich hab Eisenhelm. Ja, hast du Kraft von mir bekommen oder hast du schon immer einen? Ich hab schon immer einen. Gut. Okay, rüsch dir alles aus, damit wir irgendwie ein bisschen mehr damage machen. Hm. Ich hab drei Diamanten. Was soll man damit machen? Äh, eigentlich kannst du damit nur... Du kannst doch noch einen Schwertbaum wenden. Ja, okay, braucht man aber nicht. Ich sag mal jetzt, boah. Ich hab auch noch einen Diamanten. Diamantenschuhe, schnell. Echt schnell? Dann kannst du mir deine Eisenstiefel geben. Upsä. Da, da, schnell, schnell, schnell. Zieh an, zieh an, zieh an. Okay, be ready. Ich auch, okay. Geh mal auf den rechts von uns, okay? Du meinst, steh in der Mitte von uns? Bogen, Bogen auf den Ziel. Ich hab keinen Pfeil. Ups. Danke. Nicht auf mich schlagen, Erik. Mhm. Tot. Alter, wie viel schluckt denn der eine? Raus kann er nicht, ne? Ich lass dir dein Feuerzeug, pass auf. Der Feuerzeug ist kaputt. Du Heide. Du Heide. Der hat keine Chance. Der hat keine. Fuck, ich brenne. Äh, äh, äh. Nein. Jaaaa. Ach, du hast gewonnen. Ich hab grad gedacht, ich hätte gewonnen. Ich hab grad gedacht, ich hätte gewonnen. Das war ein nice game, ey. Das war ein nice game. Da würd ich sagen. Eine halbe Stunde. Ja, ich geh. Also, danke fürs Zuschauen, was ich für dich fand. Hoch, wenn nicht, dann runter. Comments, bla bla bla. Abonnieren, tschüss. Tschüss.